Egal ob du der geborene Techniker bist, gerne mit Zahlen jonglierst, auf Chemie, Naturwissenschaften oder IT stehst, eine fundierte Ausbildung ist der Grundstein für dein zukünftiges Berufsleben. Und bei Covestro findest du dafür Perspektiven, die genauso vielfältig sind wie deine Interessen. Wir glauben solch hierher fest an das Potenzial von Eigengewächsen. Und Azubis sind in allen unseren Unternehmensbereichen ein fester Teil des Teams. Egal ob du dich nach der Schule, also für einen unserer vielen Ausbildungsgänge entscheidest oder nach dem Abi mit einem dualen Studium im technischen, naturwissenschaftlichen, kaufmännischen oder IT-Bereich durchstarten willst. Jeder Einstieg bei uns bietet dir eine hervorragende Betreuung, chancenreiche Perspektiven und die Möglichkeit, vom ersten Tag an einen Beitrag dazu zu leisten, mit großartigen Produkten die Welt lebenswerter zu machen. Die Bewerbung läuft bei uns ganz unkompliziert online ab, ohne lästigen Papierkram. Und allen unseren erfolgreichen Auszubildenden bieten wir übrigens eine Übernahmegarantie. Also mach dir im nächsten Schritt Gedanken darüber, was dich interessiert und finde heraus, welche Ausbildung bei Covestro am besten zu dir passt. Vielen Dank! Vielen Dank.